Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video dreht sich alles rund um Herlum Skins, also eine neue Seltenheit von Skins, welches vielleicht das nächste große Ding werden könnte. Bevor wir starten, wollte ich noch einmal sagen, dass alle die neu hier sind, gerne mal ein kostenloses Abo dalassen können. Ich kann euch garantieren, dass ihr es nicht bereuen werdet, denn hier kommt täglicher Apex Content und sobald wir die 10.000 Abonnenten geknackt haben, wird auch ein sehr dickes Abo Special kommen. Ich werde zu dem Abo Special noch nicht allzu viel sagen, aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass es für jeden von euch cool werden könnte und ihr alle eine Chance habt mitzuwirken. Danke auf jeden Fall an alle, die ein Abo dalassen oder allgemein schon länger Abonnenten von diesem Kanal sind. Wie dem auch sei, geht es jetzt zu den News. Herlum Skins wurden bereits im Oktober 2020 geleakt, denn dort postete Someone Who Leaks, dass Herlum Skins garantiert kommen werden, aber es halt nicht bekannt ist, wann das sein wird. Noch dazu postete Schwagdail vor kurzem erst, dass er Herlum Skins bzw. sogenannte mythische Skins für Platon in den Dateien gefunden hat. Diese Skins nennen sich laut ihm anscheinend Platon Pilot Skin oder Skins und es gibt drei verschiedene Versionen von ihm. Dass es drei verschiedene Versionen von ihm gibt, macht das Ganze natürlich sehr interessant, denn das könnte bedeuten, dass die Skins weiterentwickelt werden können. Ich denke, dass es vielleicht ähnlich wie in Fortnite sein könnte, also dass man mit diesem Skin verschiedene Missionen machen muss, um weitere Varianten des Skins freizuschalten. Es ist leider nicht bekannt, wann die mythischen Skins kommen werden, aber es könnte sehr gut möglich sein, dass wir sie schon in Season 12 bekommen werden, da der Battle Pass ja wohl geworkt wird, da einige Panels in den Dateien ja als Eid markiert wurden und das eben ein deutliches Anzeichen darauf sein könnte. Es ist also möglich, dass wir im Battle Pass von Season 12 schon einen mythischen Skin haben könnten, welcher dann höchstwahrscheinlich der von Schwagdail gefundene Skin für Platon wäre. Ich fände das auf jeden Fall auch sehr cool, denn dann könnte man diesen Skin in Anführungszeichen kostenlos bekommen, bzw. eben im Battle Pass bekommen. Verlasst euch darauf aber nicht, denn es ist nur eine persönliche Vermutung. Nun stellt sich natürlich noch die Frage, wie die mythischen Skins aussehen werden. Es könnte natürlich sein, dass sie wie ganz normale, legendäre Skins aussehen und eben nur mythisch sind, da sie weiterentwickelt werden können. Es könnte aber auch sein, dass sie ähnlich wie die Level 100 und Level 110 Battle Pass Waffenskins einfach ein legendäres Design haben, aber eben animiert sind. Eventuell wäre es auch so wie bei den Waffenskins, also umso mehr Kills man macht, desto animierter sind sie. Es gibt auf jeden Fall ein paar, finde ich, coole Möglichkeiten für die mythischen Skins und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf sie. Der Schwagdail, der den mythischen Platon Skin in den Dateien gefunden hat, ist es natürlich klar, also logischerweise, dass wir mythische Skins für Legenden bekommen. Es könnte aber auch sein, dass wir mythische Waffenskins bekommen, aber dazu ist noch nichts bekannt, denn es wurde auch noch nichts dazu in den Dateien gefunden. Schreibt ihr mir gerne aber mal eure Vermutungen und Meinungen zu den mythischen Skins in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Aber gut, das war es dann soweit mit dem Video, ich hoffe auf jeden Fall es hat euch gefallen. Lasst gerne noch eine Bewertung auf das Video da und ja, danke fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.